Hallo und herzlich willkommen zu Karriert Ausgabe 6. Unsere Gäste sind Project 54, deren Namen entgegen jeglicher Spekulation nichts mit der Postleitzahl zu tun hat, sondern von einem Schulprojekt stammt. Die drei Musiker aus Trier und Umgebung haben im letzten Jahr beim Rockbuster-Wettbewerb den zweiten Platz gemacht und damit einen Auftritt bei Rock am Ring gewonnen. Wer trotzdem Null, Wer trotzdem keine Ahnung hat, von wem die Rede ist, der sollte in den nächsten Minuten gut aufpassen. Rock'n'Roll! Ey, ich bin mega! Pictures standing side by side, a touch of pride that hits your eye, time is crawling on and on. Remember all the good days, saw the sunshine come along the way, time is moving, doubts are gone. Wo ist eigentlich unser Schlagzeuger? Rock'n'Roll! Rock'n'Roll! Herzlich Willkommen! Guten Tag! Angefangen habt ihr mit Puporoska Island. Oh wei, das ist schon lange her. Ja, ist richtig. Was hat sich denn mittlerweile getan? Warum kein Puporoska mehr? Ja. Ja, ja, ja. Mit ihm kam die große musikalische Veränderung. Wir haben angefangen neue Songs zu schreiben, die halt eine ganz andere Thematik behandeln. Also nicht mehr Friede, Freude, Eierkuchen und Freundinnen und Liebe und Herzklopfen, sondern mal ein paar anständige, erwachsene Themen. Glaubst du, dass Puporoska auch ringtauglich gewesen wäre? Puporoska ist für mich persönlich immer noch so meine Musikrichtung oder mein jugendlicher musikalischer Einfluss von Bands aus den Bereichen Punk, Pop, Rock und Ska. Die höre ich heute auch noch gern und ich bin mir auch ganz sicher, dass man mit so einer Musikrichtung oder mit so einem Musikmix noch eine gewisse Zielgruppe oder viele verschiedene gewisse Zielgruppen richtig treffen kann. Dieses Jahr haben wir halt der Glück gehabt, bei Rock am Ring spielen zu dürfen. Wahrscheinlich, vermute ich, weil wir musikalisch am besten gepasst haben. Die Gewinnerband von Rockbuster waren musikalisch um einiges besser wie wir. Allerdings haben sie halt von ihrem Musikstil nicht in die Bandkonstellation von diesem Jahr reingepasst. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass so in zwei, drei Jahren hier ein DJ Ötzi und wie heißen sie, die Atzen bei Rock am Ring auftreten werden und dann alle Bands nur noch Disco machen müssen, weil das ist im Moment der Zahn der Zeit. Im Moment wollen alle noch Disco Pogo. Werdet ihr Disco machen? Niemand. Nein. Nein. Er hat Bock zu singen. Disco Pogo. No, 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 no. Du sagst, du wärst da. Du sagst, du wärst da. Du sagst, du wärst da. Ja, komm mal. Du sagst, du wärst da. Was ist denn da oben mit dem Rang hier, Lucien? Du sagst, du wärst da. Wie würdest du denn jetzt euren neuen Stil einordnen, wenn du ihn in eine Schublade stecken müsstest? Wir könnten es mal versuchen, ob man unseren Musikstil hier irgendwo reinbekommt. Es ist halt echt schwierig. Wenn man sagt, wir machen Alternative Rock, dann ist das ein Begriff, ein Allerweltsbegriff. Darunter kann man alles verstehen. Eine richtige Schublade würde es dafür nicht geben. Vor allem müsste es ganz schön groß sein für mich, oder? Ja, man kann es nicht beschreiben. Es ist wirklich ein Mix aus allem. Es kommen vor allen Dingen die Einflüsse von jedem dabei. Also ihr bringt euch dann beim Songwriting auch alle in die Band an. Ihr habt nicht irgendwie so einen Songwriter, der dann dafür verantwortlich ist, ein neues Lied gut zu schaffen. Wir hatten bei der alten CD, bei Puporoska Island, war ich zu 99,5% der Songwriter, der dann die Texte und die Musik dazu geschrieben hat. Aber man merkt dann so nach ein paar Jahren Gitarre spielen oder vor allem nach ein paar Jahren Songwriting, man hat irgendwie alles ausgeschöpft. Das ist nicht mehr getan mit C, A, Moll, F, G, weil im Grunde hat man nachher alles durch und war schon alles da. Und man will jetzt mit neuer Musik oder für ein neues Album vielleicht, was ja dann irgendwann mal ansteht, möchte man dann irgendwas schaffen, was nicht jeder direkt nachspielen kann. Oder wo vielleicht auch Musikerkollegen sagen, wow, cool, da hätte ich jetzt nicht von denen erwartet. So versuchen wir natürlich unsere eigenen Ansprüche ein bisschen höher zu schrauben. Und da ist im Moment definitiv der Schmigger unser Songwriter. Ich werde mich dann nachher versuchen mit den Texten nochmal einzubringen. Aber Down, unseren letzten gemeinsamen Song, da waren wir wirklich alle dran beteiligt. Da hat also jeder was dazu beigesteuert. Sind wir aus der Eifel hier? Wir kommen neue Song, die kommt Down. Bis zum nächsten Mal. Da habe ich mal ein anderes Thema von Rock am Ring. Ihr habt ja schon viele Interviews dazugegeben und habt über gesagt, was am schönsten war. Was war denn am schlimmsten an diesem Rock am Ring-Wochenende? Also ich fand am allerschlimmsten die ganzen nackten, greichenden Groupies, die nachher uns im Auto hinterhergelaufen sind. Nee, Quatsch, die sind dann doch leider ausgeblieben. Für mich schlimmste Moment bei Rock am Ring, ich glaube, den gibt es gar nicht. Ich glaube, beim Ring kann gar nichts so schlimm sein, als dass man sich im Nachhinein noch daran erinnern würde. Slayer, wir haben schon mit Slayer-Jägermeister gesoffen, also macht keine Scherze über Slayer. Ich habe gesehen, ihr macht schon Sitz-Pogo, das scheint ein neuer Sport zu sein. Wir probieren nachher mal Sitz-La-Ola-Welle, das gibt es schon, und Sitz-Wall of Death. Ihr müsst euch so rüberrollen. Kommen wir von dem, was war, zu dem, was kommt. Schweden. Nächstes Jahr steht dann wirklich unsere große internationale Tour an, wo wir dann auch drei oder vier Termine in Schweden spielen werden. Da sind wir jetzt also aktuell ganz stark am Planen. Wir werden ganz definitiv mit der schwedischen Band, die Wild, spielen. Hey, hey, du Swerje. Und die kümmern sich nämlich gerade um die Auftritte in Schweden, während wir uns um die Auftritte in Deutschland und in Luxemburg kümmern. Wir werden ganz vielmehr Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zu dritt. Auf jeden Fall. Vielleicht auch noch Rock am Ring 2011. Wäre natürlich ein Traum. Der Schmicker sagt euch jetzt auch noch Tschüss. Wir machen jetzt ja einen kleinen Einspieler. Achtung! Möchtest du die Fernsehzuschauer mal grüßen? Ich grüße alle zu Hause gebliebenen. Hui, was soll denn das? Hier geht der Meer auf. Wir machen jetzt mal ein Sportaninterview. Ja, jetzt weiß ich gerade nichts mehr. We don't speak German. Okay, so we can speak English. It's no problem. Ja, ich weiß Bescheid. Oh, da unten sind die hübschen Mädels. Kommt mit. Dann würde ich eine Karte zu dir nehmen. Wo-ah, 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 wo-ah-ah. How little do we know. Who's heart you would be there. Oh, wo-ah, wo-ah-ah, wo-ah, you'd never change your mind. Wir wollen so gerne knutschen. Let's just speak the words you keep inside. Es kommt jetzt exklusiv von mir, Project 54 zu dir geschenken. Ciao!